Wenn ihr euch einmal auf eine Campingtrippe gebt, so wie ich heute mit meinem E-Auto, dann gibt es immer eine Möglichkeit auch frisch zu kochen, weil meistens wird es halt die Fertigdose beim Campen, aber man kann auch aus regionalen Produkten richtig coole Sachen machen. Wir haben heute ganz tolle Produkte dabei und zeigen euch, wie man eine richtig leckere vegetarische Paella kochen kann. Ich bin natürlich gekocht, mein E-Pass ist schon fertig geladen und wir werden jetzt gleich aufbrechen zu unserer coolen Outdoor-Geschichte, nämlich zum Campen. Und da werden wir euch jetzt einmal zeigen, wie richtig cool, dass man das machen kann, nämlich nicht immer nur Pasta, nicht immer Fertiggerichte, sondern einmal was richtig cooles Kochen am Feuer. Servus, grüß dich, dich habe ich ja schon gesucht. Grüß dich, Markus, servus. Ich brauche unbedingt heute Pilze. Wir machen heute nämlich eine vegetarische Paella und ich brauche heute so ein bisschen einen Fleischersatz. Und da glaube ich, bin ich bei dir richtig. Ja, also da passen wahrscheinlich eh die Outdoor-Pilze super. Ja, genau. Oder? Die sind ein super Fleischersatz auch. Und schmecken halt von sich aus auch extrem, extrem geschmackig. Wir haben natürlich auch Schiitake da, ab und zu Kräuterseitlinge oder ein paar tropische Pilzarten wie Zitronenseitlinge oder Rosenseitlinge. Wir können uns einfach mal anschauen, wie das ausschaut. Das ist eine gute Idee. Der Austern-Pilz gehört zur Familie der Seitlingsarten. Und die Herkunft ist nicht ganz genau bekannt. Er ist in jedem Fall weltweit erhältlich. Der Austern-Pilz ist ein ganz toller Fleischersatz, weil er einen ganz hohen Eiweißgehalt hat. Dabei hat er nur ganz wenig Fett- und Purinanteil. Somit ist es auch super für Menschen, die unter Gicht oder Räumen leiden. Er hat Vitamin B2 und B6 enthalten. Super für unser Nervensystem. Er hat auch nur ganz viel Kalium enthalten. Das wirkt blutdrucksenkend. Jede Menge Ballaststoffe, die super sind, um unsere positiven Darmbakterien mehr aufzubauen. Das heißt, auch unsere Darmflora wird so regeneriert. Er hat auch nur Antioxidantien enthalten, die zellschützend wirken. Er hat auch den Wirkstoff Lobostatin enthalten. Der wiederum kann senkend auf unseren schädlichen Cholesterinspiegel wirken. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Dass das so große Buschen fast so sind. Die Reaktion, die du jetzt gerade gezeigt hast, zeig mal voll oft. Ja, es ist gewaltig. Wir machen das auf sogenannte künstliche Baumstämme. Durch das, dass wir die Form so nachahmen, kriegen wir eine wunderbare, ganz hohe Qualität von Austern-Pilzen. Und eben auch solche großen Pilze dabei sind. Allgemein im Wachstum von Pilzen haben wir zwei Phasen. Und die erste ist eben so das Mycelwachstum. Man kann sich das so vorstellen, wo der Pilz die Erde eben durchwächst im Wald. Bei uns durchwächst er halt den Sock, bis er eben ganz weiß ist. Und in der Phase muss es eben warm sein. Wir brauchen wenig Sauerstoff. Und es soll dunkel sein. Und wenn die Phase dann abgeschlossen ist, stellen wir es in den Raum, wo wir jetzt sind. Der sogenannte Fruchtungsraum. Und da haben wir Temperaturen und Bedingungen wie im Herbst. In den Raum machen wir dann diese Löcher rein. Und der Pilz erkennt dann eben selbst, wo sozusagen der Sauerstoff zu einem dazukommt. Und da kommt er dann raus. Also endet das irgendwann? Gibt es da ausgewachsen? Oder wächst das immer weiter? Theoretisch wächst es wirklich immer weiter. Wir machen es so, dass wir den Sock immer ca. sechs Monate bei uns im Fruchtungsraum herunten haben. In der Zeit wächst er viermal raus. Als Vergleich wie so ein Sauerteig, weil der Züchter geht auch immer weiter eigentlich, oder? Ist ja im Prinzip eigentlich so nicht, oder? Wie der Hefepilz, ist auch ein Pilz. Gleiches System, ja. Und wie bist du jetzt eigentlich zu dem gekommen? Also Pilze züchten, ist jetzt nicht üblich, ne? Also bei mir war es eben so, ich habe immer schon gewusst, dass ich meinen Hof übernehmen würde. Gleichzeitig wollte ich aber immer irgendwas Neues machen. Irgendwas, was man vorher gemacht hat mit meinem Hof. Im letzten Studienjahr, dann habe ich ein Auslandssemester in Shanghai gemacht. Weil ich meine Sprachkenntnisse verbessern wollte. Und bin eben draufgekommen, dass in China oder allgemein in Asien im Supermarkt jederzeit ca. zehn verschiedene Pilzarten gibt. Dann haben wir mich halt weiter informiert. Und wie wir ja schon gesagt haben, die Zucht geht super auf Reststoffe aus der Landwirtschaft, wie Stroh oder Segespäne. Es geht in alte Gebäude, die nicht mehr wirklich für andere Zwecke genutzt werden, wie unser alter Obstkeller oder der Stall. Und gleichzeitig sind halt Pilze sehr gesund und eben kulinarisch sehr vielseitig. Und ja, dann haben wir das mal probiert und es ist eigentlich gleich mal ganz gut angekommen. Dann haben wir gedacht, machen wir ja weiter damit. Wo beziehst du dann die Sorten her? Weil gibt es da für jede Sorte einen eigenen Samen oder einen Ausgangspunkt? Also man braucht erstens die Pilzkultur und zweitens eben die Rohstoffe. Und bei der Pilzkultur funktioniert das so, also wir machen auch unsere eigenen Pilzkulturen. Da sind wir eigentlich einer von einer Handvoll Betriebe im deutschsprachigen Raum, die den ganzen Ablauf selbst macht. Und für die Kultur gibt man eben einen abgeernteten Pilz in eine spezielle Nährlösung rein. Der wächst dann weiter und so vermehren wir den Pilz wieder. Habt ihr da eine eigene Produktion noch zusätzlich, wo ihr die Sachen züchtet? Wir haben eigentlich in unserer alten Traktorgarage ein Reinraumlabor gebaut. Ja, also wenn du es machst, schauen wir es uns gleich an. Da ist ja auch wieder einiges da. Also das ist jetzt der Raum, wo wir unsere Kulturen vorbereiten. Also da haben wir jetzt eine Kultur von einem Igelstachelbad. Und das ist sozusagen dann die erste Stufe, oder? Genau. Diese Kulturen mischen wir dann eben mit unserem Substrat, aus dem dann wiederum die Pilze wachsen. Da haben wir jetzt einen frisch angesetzten Sack, wo eben da lauter so kleine Stücke von der Kultur drinnen sind. Und die wachsen dann nach außen, sozusagen, bis sie sich gemeinsam zu einem Pilz verbinden. Man kann sich das so vorstellen, dass ja der eigentliche Pilz das Mycel ist. Also eigentlich die Masse oder die Punkte, was wir da sehen, ist der eigentliche Pilz. Und der Fruchtkörper, der Pilz, der dann wächst, dient eigentlich nur zur Vermehrung. Wie oft musst du dich mit den Kulturen eigentlich im Labor beschäftigen? Wir machen das eigentlich so zwei Tage die Woche, wo wir mit den Kulturen arbeiten. Okay. Weil man muss sich eben bei der Arbeit mit den Kulturen immer ein bisschen vorbereiten. Also man muss eben frisch duschen, man muss ganz saubere Kleidung anziehen und eben auch den ganzen Raum vorreinigen. Und erst dann darf man mit den Kulturen arbeiten. Das Allerschwierigste ist, dass wir in der Luft eigentlich mit jedem Atemzug wahrscheinlich ein paar hunderttausend Schimmelsporen mit einatmen. Und das Problem ist, dass der Schimmel immer ca. 50 Mal so schnell wächst wie den Pilz, den wir haben wollen. Okay. Und dadurch, wenn Sie eben ein paar von den Schimmelsporen aus der Luft auf unserem Substrat ansiedeln können, wächst einfach der Schimmel viel schneller wie der Pilz, den wir haben wollen. Das heißt, da wäre wahrscheinlich der ganze Substratballen vorher schimmlig, bevor ein Pilz rauskommt. Und wie ist das mit dem Thema Energie eigentlich? Braucht man für eine Pilzproduktion oder Pilzzucht eigentlich viel Energie? Ja, also man braucht doch mehr, wie man meint. Weil unsere Substratzecke, die wir uns angeschaut haben, die werden sterilisiert. Also damit alle Bakterien und Keime, die drinnen sind, im Holz vorher, abgetötet werden. Und das passiert unter 121 Grad und ca. über drei Stunden. Und das braucht durchaus Energie. Also wir haben jetzt dann einen größeren Umbau geplant und bei dem Umbau werden wir am Tag eine Photovoltaikanlage installieren. Also richtig super schöne, große. Perfekt. Dankeschön. Dann mache ich mich jetzt am Weg. Ja, bitteschön. Ciao. Wir haben jetzt unsere coolen Austernpilze mit. Und wirklich ein super topfrisches Produkt. Ganz wichtig, wenn ihr solche Sachen macht, ihr kriegt immer überall regionale Produkte, die ihr verwenden könnt. Ganz wichtig, die kann man auch ganz frisch verkochen. Und wir fahren jetzt direkt zu unserem Grillplatz und da machen wir unsere vegetarische Paee an. Wir sind jetzt angekommen an unserem Campingplatz und wir werden uns jetzt anschauen für unsere Paea, nämlich eine vegetarische Paea, die ja so super variabel ist, weil Paea ist natürlich grundsätzlich sehr fischlastig mit Huhn etc. Man kann die aber auch vegetarisch machen mit regionale Produkte. Ein bisschen eine Basis braucht man natürlich, dass auch Paea bleibt. Das heißt, wir brauchen unseren Reis, wir brauchen ein bisschen Safran, Knoblauch, wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen ein bisschen passierte Tomaten. Und das ist einmal so unsere Basis, aber die kann man super regional gestalten. Das heißt, wir haben unsere super coolen, leckeren Austernpilze. Ich habe noch ein bisschen so eine Buschbohnen mit dabei und dann haben wir schon eine richtig klasse vegetarische Geschichte. Was uns nicht der Sport bleibt, ist die Schnipseln. Das müssen wir trotzdem machen und das werden wir jetzt einmal starten. Die Bohne gehört zu den Schmetterlingsblütlern und stammt ursprünglich aus Südamerika. So circa seit dem 17. Jahrhundert ist sie bei uns heimisch und ist eine wahre Heilpflanze. Sie senkt unseren Blutzuckerspiegel, wirkt harntreibend und schwemmt die Harnsäure aus. Sie hat jede Menge Folsäure, Ava, Kalium, Eisen, Kieselsäure und Magnesium enthalten. Sie hat auch noch einen ganz hohen Eiweißanteil und ist somit ein super Fleischersatz. Die Bohne hat den toxischen Eiweißstoff Phasin enthalten. Es ist ganz wichtig, dass man die Bohne vorher 10 bis 15 Minuten kocht, dann ist nämlich das toxische Phasin wieder weg. Das betrifft auch die Hülsenfrüchte, aber zum Beispiel die Zuckerschotte, die man jetzt kriegt, die kann man ganz super auch einfach snacken, die hat Karphasin enthalten. Man kann das gekochte Bohnenwasser auch zum Beispiel verwenden gegen Akne als Tee. Oder man nimmt die Bohnenschalen, trocknet sie, richtet so an Tee an. Das wirkt bei Gicht, Rheuma oder auch bei Blasenleiden. So, jetzt haben wir unsere Austernpilze und unsere Buschbahnen schon richtig schön angeschwitzt. Wir haben schon eine wunderbare Farbe und sind aber auch noch schön grün. Und jetzt geben wir das raus auf unser Brett und schneiden unsere restlichen Zutaten. Der Paprika gehört zu den Nachtschattengewächsen und stammt ursprünglich aus Südamerika. Es gibt wirklich zahlreiche verschiedenste Formen, Arten, Sorten und Farben. Aber die gelben, roten und orangen Paprikas, das sind immer die reifen. Die dunklen, die grünen oder lilanen und schwarzen, die es auch gibt, das sind die unreifen Früchte. Und diese dunkle Farbe haben sie den Anthuzianen zu verdanken. Die wirken entzündungshemmend, aber auch gefäßschützend. Der Paprika hat Folsäure enthalten, er hat viele Mineralstoffe und tolle Ballaststoffe, die super sättigend wirken und unseren Blutzug gar nicht so hoch ansteigen lassen. Aber er ist auch bekannt dafür, dass er ganz viel Vitamin C hat. Auf 100 Gramm Paprika kommen 140 Milligramm Vitamin C. Außerdem hat er auch noch was für unsere Augen parat. Er hat nämlich die Carotinoide, Lutein und C-Axanthin enthalten. Die schützen unsere Augen. Aber er hat auch noch Antioxidantien enthalten, die uns den Alterungsprozess verlangsamen. Und einen super Energiesport-Tipp habe ich gleich noch für euch. Kempten ist natürlich perfekt, offenes Feuer, sparen wir richtig Energie. Und in dem Fall kommt auch der Reis jetzt gleich dazu. Wir brauchen den nicht extra kochen, sondern der kocht sozusagen in der Paire, in dem Fond, direkt. Und wir brauchen dann nicht extra einen Topf. Für mehr Energiesport-Tipps einfach einmal die Alexa-Franke. Und für alle unsere Camping-Freunde, ganz wichtig, nicht vergessen, Kanal abonnieren und Video liken. So, unsere Grundparriere haben wir jetzt eigentlich fertig. Der Reis hat schon fast die ganze Flüssigkeit aufgesogen. Und jetzt geben wir unsere angeschwitzten Sachen dazu. Und dann braucht sie ungefähr noch so fünf Minuten. Und dann können wir sie finishen. Da geben wir jetzt noch dazu, unsere frischen Kräuter. Da kann man auch immer was Regionales verwenden. Ich habe jetzt Petersilie und Schnittlauch dabei. Und ein bisschen Rosmarin. Und das werden wir jetzt ganz grob hacken und einfach oben drüber streuen. Und oben drauf dann noch einmal einen ordentlichen Schuss Olivenöl. Und dann können wir es schon probieren. Also wie ihr seht, die Paire ist wirklich sehr vielfältig. Man kann es vegetarisch machen. Man kann es natürlich auch mit Fleisch oder Fisch machen. Und man kann immer regionale Produkte verwenden. Also das Prinzip bei EA funktioniert definitiv bei jedem Camping-Ausflug. Und wenn euch unser Video von heute gefallen hat, dann schaut es einfach einmal auf unserem Kanal vorbei. Da gibt es noch mehr davon.